Die Leifziehung der Lottozahlen. Nur auf Lotto.de Dann sind wir herzlich willkommen zu einer neuen Runde Lotto-Glück. Wir begrüßen gemeinsam den Februar und starten einmal neu. Alles ist hier vor Ort kontrolliert. Ich drücke die Daumen und sage ziehen frei. Gestern, meine Lieben, am 2. Februar war der offizielle Murmeltiertag eine etwas schräge Tradition, die man in den USA und in Kanada seit Ewigkeiten pflegt und niemals aufgeben wird. Kugel Nummer 1 ist die 24. Sinn und Zweck dieser Tradition ist es eben, herauszufinden, wie lange denn der Betampf dauern wird. Und da ist der Kugel Nummer 2 ist die 14. Und weil gestern das Murmeltee eben seinen Schatten gesehen hat, sprich es schien die Sonne, wird der Winter mindestens noch sechs Wochen andauernd garantiert. Kugel Nummer 3 ist die 23. Ich wage jetzt auch mal eine Vorhersage. Unser schöner 10 Millionen Euro Jackpot wird auch noch mindestens sechs Wochen stehen bleiben und sogar noch anwachsen. Kugel Nummer 4 ist die 19. Das war es aber noch nicht heute mit unserem Millionen Glück. Ich habe noch zwei Millionen Euro. Im Zweiten Gewinn dran. Einfachen Sechser im. Und hier ist die Kugel Nummer 5, ist die 21. Ja, Sie sehen es, heute gibt es hier einiges zu holen. Und wer zum Beispiel an unserem zweiten Gewinn an möchte, der braucht auf jeden Fall die sechste Kugel. Und das ist heute die 3. So, hier liegen sie, unsere Murmeltierkugeln und sonnen sich im Scheinwerferlicht. Wer an unseren Jackpot möchte, braucht natürlich diese hier, unsere Superzahl und die ziehen wir jetzt. Ich drücke noch mal die Däumchen und sage, zieh auf frei. Ich fasse kurz zusammen. 10 Millionen Euro liegen im ersten Gewinnrang immer noch an 2 Millionen. Im Zweiten für den einfachen Sechser-Lotto, der aber an die 10 Millionen möchte, der braucht sie. Unsere Superzahl. Und das ist heute die 5. Jawohl. Dann schauen wir uns unsere eben gezogenen Zahlen in der Übersicht gemeinsam an. Hier sind die Lottozahlen 6 auf 49 zum Mitschreiben. 3, 14, 19, 21, 23, 24, 24 und die Superzahl ist die 5. Und hier ist die Zahlenreihe der Super 6. 2, 1, 2, 4, 1, 3. Und hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel 77, 76, 07, 67, 2. Ja, meine lieben Tipperinnen und Tipper, kann man der Vorhersagen von nur mit Tieren trauen? Ich weiß es nicht, unseren aber auf jeden Fall. Ein kleiner Hinweis noch von mir. Sie können uns sehr gerne hier zur Live-Ziehung im Lotto-Studio besuchen kommen. Anmelden können Sie sich auf sato.de. Ihnen jetzt einen wunderschönen Abend und bei allem, was Sie machen, viel Glück.